Ich fand es ein bisschen verwunderlich, den schnellen Umschwung in der Berichterstattung. Zum Glück heißt es in Österreich Pressefreiheit, also da kann jeder natürlich schreiben, was er will, das finde ich auch gut so. Aber es ging mir dann doch ein bisschen zu sehr ins Extreme, typisch Schwarz-Weiß-Denken in Österreich. In Deutschland zum Beispiel hat keiner derart aufgeschrien, als sie gegen die Slowakei 3-1 verloren haben und die sind immer im Weltmeister. Also die können das, glaube ich, schon richtiger einordnen wie bei uns, der eine oder andere. Aber wir müssen natürlich diese Kritik stellen, das ist ganz klar. Wir haben uns jetzt nicht so überzeugt, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der anderen Seite war ein Sieg und eine Niederlage dabei und die Niederlage war gegen eine für mich nach wie vor Top-Nation, die sie jetzt wieder gefunden hat, die in der Qualifikation natürlich weiter und ihren Möglichkeiten gespielt hat. Sie haben es auch sehr, sehr gut gemacht, die Niederländer gegen uns. Und nochmal, alle, die glauben, dass wir jetzt zu den Top-5-Nationen der Welt gehören, die ihren. Und vielleicht war es ein bisschen ein Rückschlag zum richtigen Zeitpunkt, weil einfach schon teilweise die Bäume in den Himmel gewachsen sind. Und vielleicht revidiert es sein oder andere seine Meinung, dass wir Europameister werden.